Was ist in dem Motelzimmer passiert? Ah, ich hatte einen Übernachtungsgutschein und hab da Ihre Frau gefögelt. Rundstation an L.M.22, hören Sie mich? MS-1 ist die erste Supermax-Einrichtung, in der es keine körperlichen oder sexuellen Übergriffe, keine Ausbrüche oder Aufstände gibt. Das hier ist die normale Bevölkerung. Eindruckt? Ja, allerdings. Er hat eine Waffe! In den letzten Stunden hat es massive Übergriffe auf Supermax MS-1 gegeben. Feindliche Übernahme. Meine Tochter ist noch auf der Station. Wir können einen Mann reinschicken, mit einem ganz besonderen Auftrag. Wen? Ein Traumurlaub. Ich packe meine sieben Sachen, fahre in den Saal, gehe in eine Hochsicherheitsklapse, rette die Tochter des Präsidenten, wenn du nicht schon tot bist, schleiche mich an den Psychos vorbei, die gerade aufgeschabt sind. Okay, ihr solltet Witz sein. Ich mach's. Alles klar. Alle Ausgänge offen. Ja, wäre ich doch auf dem College geblieben. Wer schickt dich? Dein alter Herr. Mein Dad? Schickt er mir eine Nachricht? Du bist adoptiert. Ich dachte, du wärst dir sicher. Hier kann dir nichts passieren. Oh, das muss nicht sein. Ein einfaches Dank erreicht mir. MS-1 ist destabilisiert. Lassen Sie uns an Bord, sonst müssen wir sie angreifen. Hier ist ein Apfel und eine Knarre. Red nicht mit Fremden, erschieß sie. Wer war der geheimnisvolle Mann am Telefon? Sein Name war Fakir. Wirklich? Ja, es war ein Asiata. Wirklich? Ja, es war ein Asiata. Wirklich? 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 Wirklich?